Wir leben in einer faschistischen Diktatur, sagt jedenfalls Rechtsanwalt Heinz von den Querdenkern. Er ist dieser Meinung, weil er am Samstag auf einer Demonstration der Querdenker war und diese wurde aufgelöst, sogar unter Einsatz von Wasserwerfern, nicht nur gegen die Gegendemonstranten, sondern jetzt auch mal gegen die Querdenker. Und er beruft sich dabei auf das Recht der Spontanversammlung und sagt, weil dieses nicht gewährt sei, handelt es sich um den Faschismus und eine Diktatur. Schauen wir mal an, was es damit auf sich hat. Also, tatsächlich gibt es das Grundrecht der Versammlung und dafür braucht man auch keine Genehmigung. Eine Versammlung muss lediglich angemeldet werden und zwar 48 Stunden vorher. Von dieser Pflicht zur rechtzeitigen Anmeldung ausgenommen ist eine Spontanversammlung. Eine Spontanversammlung, die also spontan ohne vorherige Planung entstanden ist. Und das ist ein strategischer Zug, den wir von Querdenken die letzten Wochen immer wieder gesehen haben, nämlich, dass man sich darauf beruft, dass nach Auflösung der angemeldeten Versammlung spontane Versammlungen überall woanders entstehen. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, merkt man, dass das mit der Spontanität nicht so weit her sein kann, wenn von vornherein geplant wird, nach Auflösung sich spontan wieder zusammenzufinden. Ich glaube, Rechtsanwalt Heinz ist der Auffassung, dass der Rechtsstaat nicht so besonders helle ist. Dass also man mit Winkel, Advokaten, Tricks die Versammlungsfreiheit für sich in Anspruch nehmen kann. Denn selbstverständlich kann man nicht von vornherein planen, wir machen eine angemeldete Demonstration und dann eine Spontan-Demonstration. Wenn man das vorher geplant hat, ist es halt nicht mehr spontan. Und deswegen ist das wieder die nächste Episode von Quatsch-Jura. Quatsch-Jura